So, ich kann sich mal hier ins Gebüsch halten, ich komme gleich zurück. Ich weiß nicht, ob das das Flugzeug ist, was ich hier suchen muss. Kann ich das dann woanders nicht? Scheint das ja nicht zu sein. Muss das Flugzeug ganz sein? Ne, ne, ist kaputt, ist abgestatzt. Dann gibt es vielleicht doch noch ein anderes. Naja, was ist erstmal wieder im Flughafen? Ich sehe gar keinen. Ich sehe gar keinen. Ich weiß nicht. Unberühmend. Hm. Vielleicht kommen wir vor. Aber ich weiß nicht, wir haben die Umwelchung. Oof. Oof. Hast du den draußen? Ja. Okay. Oof. Oof. Man! Oof. Ja, ich hoffe. Aua, ich bin... Ich lieg im Koma, Alter. Hä? Ich hab gar keinen gesehen. Der ist irgendwo oben. Oh, Daniel, danke. Fakt. Manchmal habe ich das aus der Porsch rausholen müssen. Ja, ging auch gut. Alter. Wo ist denn der eigentlich oben? Der ist tot. Okay. Brauchst du irgendwas? Nee, ich hab alles. Achso, ich muss ja noch was suchen. Ich kann mich irgendwie nicht verarzten. Ich hab Light Bleeding, aber ich benutze Bandagen. Aber irgendwie sieht das nicht. Hast du die braunen? Ich benutze die braunen Bandagen, aber es geht nicht weg. Nee. Steht sonst noch irgendwas da? Geh mal auf die Wunde mit der Maus. Light warm. Lässt weg. Jetzt ist es weg. Ja, das heißt, ich glaube auch von alleine. Oh, da ist noch einer. Ey, wo sind denn die blöden Koffer? Oh, da ist noch eine Blöden Koffer. Ich glaube auch von alleine. Ich glaube auch von alleine. Ja, da ist noch eine Blöden Koffer. Ich glaube auch von alleine. Leck mich doch am Arsch. Wo sind die Scheißen? Was? Hast du geschossen? Das war ich. Jaja. Ah ok. Boah. Ach du Scheiße. Hier war ich doch vorhin schon, aber wahrscheinlich nicht direkt an dem. Ok, wir können wieder die Dings verlassen. Wir müssen noch zur Absturzstelle vom Flugzeug. Okay. Ja. Ja. Tja. Da ist sicher gar nichts. Ey, jetzt sind wir ja bald wieder zu Hause, Mann. Oder im Pampa, keine Ahnung. Und da vorne ein Flügel. Da vorne ist eigentlich ein Flugzeugflügel, eine Tragfläche. Ja. Ja, süß. Aber Clown müssen wir aufpassen. Weiß nicht. Ja. Boah. Ey, was für eine schwere Geburt hier. Ey, das Flugzeug sieht genauso aus wie das andere. Ah. Ach Scheiße. Die Feuer. Ah. Gut. Ich habe den Rekorder 192x152. Okay. Oh. Oh. Ich habe den Rekorder 20. Ah. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017